Auf die Schnelle mal eben. Wir fahren morgens früh zum Boot. Wir haben jetzt Freitagabend, Samstagmorgen fahren wir hin. Wir treffen uns unter anderem mit dem Burkhardt, der diese Expeditionsmobile baut. Ihr werdet also jetzt dieses Wochenende erstmal nichts von mir bekommen, weil wir, weil ich einfach keine Möglichkeit habe, uns hochzuladen zu schneiden. Das ist der einzige Grund. Das wird dann am Montag kommen. Ich drehe mich mal ein bisschen. Ich zeichne noch mal ein bisschen das Grundstück, weil das ist das, was wir zu verkaufen haben. Ich will jetzt gar nicht hier verkaufen, weil wir haben schon Wir haben schon Interessenten gefunden. Egal, wir sehen uns dann am Montag. Das eigentliche Video kommt am Montag. Merkt euch das und alles Weitere seht ihr dann. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Ihr habt wenigstens eine Minute zusammengekriegt. Hey, ich bin gut, weil ich schwafeln kann. Alles Gute für euch. Tschüss.